ja so hallo und willkommen zum zweiten fight von dem warship event auf cgiants.net wir machen diesmal ein server team gegen user fight und wir sind immer wieder stark in der unterzahl dieses mal sehr stark sogar also ich bin sehr gespannt ob wir das hinkriegen hier leute fallen alle fahren gehen alle wieder in die falsche richtung übrigens ja ich kann hier ein bisschen schränkkanonen bedienen die schlechten schneller da die ich mal gebaut habe hier ist ein toller ausguck ach du scheiße die stehen ja alle bei denen im buch wie kommt man zu den schneller dann genau nach unten einfach ein weg runter ja das ist nicht die trete nach oben nein lehan das rüberbauen ist ein regelfach so den kann ich ja gar nicht beantworten kannst du mich ein bisschen rumlosen nico ich habe die jetzt schon verlaufen ah ok wo gibt es denn hier die leiter nach oben ich würde gerne aufs deck ich bin eigentlich der einzige grad hier unten kann das sein es gibt auf der einen seite eine leiter nach unten ein david ist nur saboteur aber sonst bist du der einzigste der feuern kann also ich bin übrigens saboteur aktuell das heißt ich kann tnt platzieren und entern später wir wollen mal ein bisschen schauen boah mein gott ist das ne kackkanone ich bin ja sanne ok ja ok das sagt nico zu seiner eigenen technik ja mittlerweile ist das kein odyssey niveau das ist schande ich bin jetzt schon tot was als ob lol das ging ja schnell ja ok jetzt bin ich auch tot gleich der hat gerade voll unter mich geschossen aber oh gott junge ah hier haben wir den einfach alle drin die treffen gut, die treffen gut mir ist jetzt schon fünfmal TNT für mich geflogen und ich habe einfach keinen schaden ist vor? ja mhm ah wie machen wir denn damage? und der nächste ist tot ähm du äh ey das ist gar nicht mal so dreckig ich muss mal mehr delay machen ähm ja also wenn niemand wie soll auch alle auf dem deck stehen? wohl nice bitte an mich wenden ich hätte ich f***ern nie ich glaube ich probier'n die ich glaube ich probier'n die abdeck gehört unser ente ist sanitäter ja wohlstecken musst du dich selber das kann ich nicht geben ich bin eine sanitäter ente die sanitäter ente die sanitäter ente genau ich brauche euch eine wunderschöne leiter wir brauchen mehr delay wir brauchen wesentlich mehr delay eine leiter vor allem ne und rainbow schmeckt eiskalt runter du hast mich du hast einen Block unter mir abgebaut wups oh mein gott hasse ich die Kamera sie ist so langsam da aber sie ist noch regelkonferent ja ist so sie ist alles so ach 5 sekunden ist halt langsam das hat's so an sich im ende das ist nicht mal Odyssey-Niveau warum hab ich denn da bitte schon einen Durchschuss ich hab ja ich sehs ich sehs du bist total durch und alles futsch bei dir dann ist das ein paar keine weiter Eis runter Durchschuss hat der Gegner haben die Gegner ja Sand das würd mich jetzt mal interessieren das Server lag nicht ne ne das lag gar nix TPS lass mal schauen 19,9 oh shit nahezu perfekt David hat was war denn da ja das ist jetzt die Frage ja meine Welt generiert sich nicht mehr ich kann nur noch nicht mal einen Schrank weit sehen also ich kann natürlich nichts für Internet lags von Usern dafür bin ich nicht zuständig natürlich das ist alles dein äh Arbeitsgebiet hier natürlich ich arbeite gleichzeitig beim Provider auch noch an denen als ich ha what the fuck was ist denn hier hingeflogen ich hatte schlechtes im PC auf dem Server wenns bei mir nicht schlecht dann musst du es bei ihm auch nicht lecken ähm mhm ui Eigentlich müssten die nahezu zerfistet sein Superman so lass mal gucken ich gebe mir ein bisschen Delay dazu ja die haben jetzt auch schon dort ne das könnte ich aber das Kanon die haben hier glaube ich wesentlich mehr Delay kann man hier noch dazu packen Lass uns Margus wir machen das ich hab ne Idee wie wir das machen ich werde weiter geht fahren der kommt für lass mal viewen das sieht aus und zwar kurz bevor ihr da seid springe ich dann auch zu euch mhm so hier das gleiche Prinzip ui ui äh das war dumm halt von mir no bridge ich geh mal lang ich bin ja nach vorne gegangen deswegen ich mach mal ein bisschen du hast dich gut da geschwitzt pssst du hast mich eben auch durchgedacht bei Minecraft schließt sich die ganze Zeit yay oh Ente wir haben einen Sani ne ja ich bin der Sani oh Liko äh komm 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 auf die Brücke kommen Ente, Huf wieso treff das nicht die Schuss ähm mit der Muskel du jetzt Liko ich kann bei den Schwenkenhonen schon volles Delay einstellen ohne dass sie sich in die Luft jagt oder? ja kannst du sehr gut ach komm 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 ich kann doch rein theoretisch ja mal kurz die Game Mark gehen aber das ist äh rechte Biene ok das ist jetzt maximal pssst pssst ah der hat nice der nächste ist tot die müssen ja garantiert mal getroffen werden äh also wohin oben ich bin jetzt ich bin jetzt oben so Klaus auf die andere Seite wo man aber brauchst du Sani? ne ich hab ihn so schon damit gemacht ich bin in einem Kampf da recht strategier ich mich nicht äh wo soll ich denn hin für die Brücke wo ist die Brücke im einfach zu vorne vorne also da nicht da wo die Leiter ist wo man runter kann ich glaub ich seh wo ihr seid ja genau hier oben sind ja ganz kurz enter enter du bleibst immer schlecht bei uns kapiert du gehst auch mit uns entern oooohh kommt der gut und heizt uns im PvP-Kampf haben schon alle geschaut ach komm soo muss ich mich ja rechtfertigen Mensch ey ich weiß wenigstens etwas damage kriegen haben wir noch einen speziellen Heiling wer braucht Heiling ähm lass und ich wirf einfach einen Heiling ja er kann nice ja nächster Durchschuss hm David du hast eh Saboteur genommen oder? ich hab Saboteur ja und ich schieß gerade mit den Schwenkkanonen oben ein bisschen okay das war wir wir sind nicht zu weit ojojojoj ojojojojoj what have you done? er springt einfach runter ich glaub ich versuch's sowso ich komm mit dir du bist so tot diese töte uns nicht oh sorry ihr seid alle im falschen team ok ihr könnt nicht dafür in welchem team ihr seid aber ach so ne scheiße das trifft aber auch gar nicht mal schauen was mach ich denn hier für ein damage wir beide zusammen eine aber keine Generation nein kannst du da nicht weiter bauen geht in ThruLife hey, du, du fehlt noch was. Lass, äh, irgendwie kannst du mir... Ah, ich gebe dir nichts. Was soll ich dir geben? Ein Healing Potion. Ah, ich gebe dir nichts. Oh, kommt der gut, kommt der gut, kommt der gut. Batsch, batsch. Oh, er hat damage bekommen, er hat damage bekommen, ich habe damage bekommen. Jetzt habe ich es aber gesehen. Ah, für einen Sinn. Nichtsinnert. Sorry. Mal schauen, was machen wir denn für einen DMG? Okay. Ah, okay, aber der... Das war aber so, glaube ich, ne? Der Schaden schreit sehr krass. Oh. Ich befehle der Feuerwehr. Also... Kann man da noch weiterbauen? Oder nicht wegen diesen Red Edit Bugs? Oh, ich kann weiterbauen. Ja, pass auf, irgendwann geht es nicht mehr. Irgendwo du schießt drüber. Ja, pass auf, ich mach drüber. Ja, pass auf, ich mach drüber. Das hab ich noch nie versucht. Also mach kein Cot-Budging. Das sind meine Beine. Ah, jetzt schießen sie hier. Okay, also zumindest haben wir jetzt hier noch. Schöne Sprungschanze. Oh. Diese X-Havic, hat er irgendwas zu sagen? Oder was? Nein, ich bin nicht. Der Schein ist komplett normal durchs 10T. Da war echt alle ein Schaden. Das hab ich mir schon gedacht, Nico. Ja gut, es kann irgendwie sein, dass sich die Rechte ausnutzen. Das heißt nicht wieder, dass wir irgendwas für Rechteausnutzung machen. Rechte B-Nutzung. Und selbst wenn es genau für Rechte Benutzung. Oh, der war da auch guter Schuss. Der war gut. Dachten, alle wachsen ab sofort Features. So, genau. Das Delay ist fast zu hoch. Ja, das wurde ein Rechte-B. Ja, das wurde ein Rechte-B. Beschlossen. Genau, das liefert wirklich... Also was wir uns jetzt hier schon aufbauen, ne? Alle wachsen ab jetzt Features. Wir bauen jetzt nicht. Wir haben jetzt so Basis gebaut hier. Da fehlt auch das weiß-rote. Der Hochmodus funktioniert nicht mehr. Was ist denn da los? Oh, jawoll! Ich brauche jetzt hier eine Fugmauer. Was machen sie überhaupt da? Wieso stehen sie da noch? Ich glaub, die wollen abgeschossen werden. Bitte funktioniere. Oh, bitte. Ich wette, wenn David uns hier oben sieht, dann bekommt er Nachanfall. 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 Was macht ihr? Wir haben uns eine dezent kleine Base hier oben. Oh, okay. Das ist brauchbar! Das ist brauchbar! Wette mal, wenn du lange mal herkommst. Ich glaub, jetzt haben wir... Jetzt hab ich Spaß. Ich hab jetzt Spaß. Ne, kein Spaß. Einen Moment, Leute. Boah, ja, das Video. Ich glaub, jetzt hab ich Spaß. The fuck, wo bin ich hin? Zack. Ich hab mir Spaß. Bitte. Nico, ich spare Spaß. Oh ja. Bitte? Das ist nie. Nein! Bitte was? Digga, was? Will er mich ficken? Was? Ich frag mich dazu. Danke, Nico. Du musst da gerne schützen sehen. Es ist noch nicht mal offensiv. Ah, hier müssen wir jetzt mal ein Dings platzieren. Okay. Ähm, okay. In welchem... Also springt der jetzt hier die ganze Zeit absichtlich runter? Bitte. Eine Basic Repair? Oder haben wir Probleme? Ach du Scheiße. Was war das? 28. Wir haben ein Haus. Hm. Ich haue gerade ein Haus. Ähm. Ich habe einen Stift. Was machst du, Rainbow? Boah, du hast einen Stift. Und einen Apfel. Bürokratischer Bad Boy, Alter. Richtiger Bad Boy bin ich. So, lass mal schauen. Die fressen erstmal. Der bürokratische Bad Boy. Die bürokratische Bad Boy. Mal schauen, wie das trifft. Ja, Rainbow, du musst immer meine tollen Häuser kaputt machen. Ja. Also jetzt müssen die Schnelllader... Ja. Gut, dass die Schnelllader da so hoch schießen können. Bin gerade stolz auf die. Ich habe keine... Ich habe gleich keine Bindelöcke mehr. Ich habe nur noch ein Stift. Nein! Nein! Was? Ey, Alter, bringt euch nicht selber auf. Doch, doch. Doch, doch. Ich hoffe, ich weiß gerne. Das macht richtig Spaß, jetzt im Zukunft. Also, ich sage nur, dass wir uns hier dezent selber unterbringen, weil wir ja hier bei Ruh... Ja, es ist rund. Just! Nein! Zu viel. Hm. Wir haben ein Haus. Ich habe 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 ein Haus. Jesus! Nein! Warum sieht das immer so gut aus? Und ein Weedos. Also, das Gegnerschiff ist eigentlich ziemlich komplett zerstört schon, ne? Ach. Ich muss noch diese Idee gehen. Ich habe echt den Geruch. Irgendwie leben und nur noch zu viele Gegner ist das Problem. Ich bin zu schluchern, sie ist schrien. Warten Sie auf die Stirn. Oh je! Oh nein! Sie entern, sie entern! Ähm, ähm, Ente, wo bist du? Wo bist du? Äh, ich partei nicht auf seinen Haaren. Alle auf der Haaren. Jo! Ähm. Ich gehe gerade entern. Oh fuck. Oh fuck! Oh fuck! Es ist bereits jemand auf dem Schiff. Ähm. Jo. Da schießt gerade ein Spion auf uns. In den Notbunker. Ja, ich bin fast... Wo ist der Notbunker? Der ist? Am Heck. Warte, ist das die falsche Richtung, in die ich laufe? Dahinten ist es grün. Oh nein! Fuck you! Du mal Rainbow! Du mal Rainbow! Du mal Rainbow! Da ist Rainbow! Nein! 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 Aber David ist so nein! Ja, er ist rüber geflogen. So. Bion ist tot. Ja komm, wir gehen hier mal durch. Ja, als Saboteur hat man sich im Arsch, wenn man angegriffen wird. Wollen wir jetzt mal aufpassen, das ist der Notbunker. Das ist der Notbunker, alles klar. Okay, das ist der Notbunker, alles klar. Ich frage mich aber gerade, warum ich hier keinen Ausweg zum rausspülen. Ist David denn gestorben? Ja, es ist jemand in meine Fresse geflogen. Ach so, dieser Überflieger da. Nicht? Ah! Mann, ich würde dann noch einmal... Ah ja, ich habe keine Permissions. Hört mal bitte aufzuschießen, wenn ihr das noch macht, weil wir laufen hier gerade durch eure Einschlackslöcher durch. Auf die sie geht. Ah, die seid ihr. Okay. Autojump ist manchmal so nervig, ne? Ja, ja, ich spoiler euch jetzt nicht, was passiert. Das wäre ja unfair, aber... Viel Spaß. Wir gucken eigentlich gerade zu. Ja, der ist schon tot. Den Gegnern oder uns? Die Gegner sind schon tot? Wo ist der Captain? Oh Gott. Also ich hoffe einfach mal, dass Leute... Ja, das würde ich jetzt auch gar mal wissen, wo der Captain ist. Wir folgen einfach nicht drüber gebrauchen. Warum sind da so viele blaue? Mir gefällt das nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Herr Wester, wir... Nö! Wer kommt zu dir? Weibauflick über. Enter! Sie wissen nur noch nicht, wo ihr seid. Oh mein Gott! Sie haben ja alle geentert. Diese ganzen Namen, das sind locker 20 oder 10 Leute... 20... 10 Leute bei uns! Oh Gott, Herr Wester, komm zu uns. Ich weiß, 10 LPs von... Ich hab keine Chance, Alter. Ja, die sind... Irgendwo im Worsche. Vergrab dich irgendwo. Das ist meine Taktik. Oh, oh, TNT! Die wissen, wo wir sind. Die haben an! Die haben eigentlich halt irgendeinen Tracer. Das Problem ist, dass euer Schiff jetzt so hohl ist, ne? Ja, es ist hohl. Das ist vielleicht sogar ein Vorteil. Nico, ich bin bei dir. Ich bin beim Schiff. Was? Was? Oh Gott. Oh, sie bringen sich selbst! Oh, sie bringen sich selbst! Oh, sie bringen sich selbst! Oh mein Gott! Ich glaub, im Notbunker hätte ich jetzt nicht lange überlebt, oder? Existiert der Bunker noch? Nein, da liegt mir fast tot. Ja, da geht's noch. Oh meinetwegen. Scheiße, sie haben mich gesehen! Ich muss ins Wasser! Ich hab einen! Camping ist verboten! Nein, das ist nicht! Nico, bist du vorne oder hinten? Wir sind hier in keiner Liga. Du bist du vorne oder hinten? Ja, also hier fehlt ein Stück Leiter. Nico, bist du vorne oder hinten? Ich bin hinten. Was ist passiert? Also, wenn ihr weiter so macht, killen sich im Blauen glaub ich wieder alle selbst. Oh Gott! Ich hab mehr Probleme, hier ist keiner, der mich beschützen kann. Doch, ich hab... Ich bin hier, Nido. Hier ist Cat Wars. Ach, du bist das... Oh mein Gott! Wir haben uns gesehen, fuck! Oh mein Gott, ich bin... Ich bin im Dunkeln. Ich brauche mich weiter reinlassen! Ich brauche mich ganz kurz rein, wieso ist Rainbow? Geiler, ich bin tot. Lol, das ging ja schnell. Was ist passiert? Oh nein! Wir werden jetzt hier alleine in einem Loch drücken. Was denn bitte mal gewesen? Wir verlieren das, Leute! Nächste Explosion. Ey, lol, Mann! Ich hasse das! Ey, Mann! Ist... Wo sind die Leute? Ich glaub, es geht jetzt mal... Kingcraft ist vor mir, aber er rennt an mir vorbei. Ja, super! Okay, ist an mir vorbei. Cat Wars ist auch an mir vorbei. Das ist ganz doof! Wir rennen einfach an mir vorbei! Hier ist der Kies! Ach du Scheiße! Wir rennen alle an mir vorbei! Ist geil! Ach du Scheiße! Leute, Leute, Leute! Ich warte jetzt nicht zufällig einen Gang noch mal ausmachen, was ich hier rein kann. Ähm... Es kommen gleich noch ein paar blaue mehr rüber. Freut euch schon mal. Ich bin gar nicht in einem Gang drin. Ja... Ich bin jetzt gerade da, wo... auf dieser hohlenden... Hohlraum. Komm einfach wieder rein. Entex schon tot! Entex, kannst du nicht... Entex ist noch da! Entex ist noch da! Ich bin tot! Entex! Scheiße! Wir verlieren! Nein! Aber ihr seid Team Rot! Ihr könnt nicht verlieren! Ja... Unsere besten beiden PvP-Einheiten sind weg! Ah mein Gott! Ja, euer Saboteur ist tot! Entex! Eine Schande! Wir müssen jetzt alles geben! Wir müssen den Rasier-Modus bei uns aktivieren! Ja? Geht auf Leila! Oh Gott! Der Käpt'n hat uns gesehen! Der Käpt'n von Blau hat uns gesehen! TNT! Ich höre TNT! Ja! Jetzt sind sie! Jetzt sind sie gleich! Leila war da näher! In der Nähe! Ich bin auch in der Nähe! Von dem Käpt'n! Ich höre TNT! Ja! Ey was! Der Schiff ist wirklich hohl! Oh meine Fresse! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Würden die Kinder wenigstens mal in ein PvP-Battle kommen? Warte! Da ist wahrscheinlich Leila! Oh! Ein schöner Schuss! Jetzt gleich geht's! Jetzt hat sich bestimmt auch viel gebaust! Der Minkl! Entschuldigung! Weil ich einen Schuss aufgeladen und abgefeuert hätte! Es wurde ja alle an Wacken stormen! Aber wenn man so kurz so auf die Serverliste ist, es sind mehr blaue tot als rote tot! Ja! Wenn ich jetzt campen würde, würden wir das in einem Time-House geben! Laut Punkte verteilen! Achtung! Da kommt einer! Da kommt einer! Ich schleiche mich hier vor! Wer ist das? Kingcraft! Okay! Kingcraft! Ich bin auch voll! Also ich schleiche mich hier durch! Gefällt das nicht, dass man mich von oben theoretisch holen könnte! Das gefällt mir nicht! Nico! Pass auf! Dann setzt jemand TNT von oben! Nico! Wo bist du? Ich bin hinten im Heck! Im Heck? Ich bin im Heck! Ich weiß nicht, wo es zum Heck geht! Oh! Das ist gefährlich! Hier ist ein blauer! Hier ist der fucking Spion! Hier ist der fucking Spion! Woah! Ich bin full life! Kein Problem! Achtung! Da ist Kingcraft! Der erste ist schon tot! Ich hab ihn! Jawoll! Aha! Nicht schlecht! Bitte! Bitte Healung! Mir fehlen noch zwei Herzen! Ein einfacher reicht! Ein einfacher reicht! Ich seh dich nicht! Oh nein! Oh jetzt kommt der Showdown! Komm! Ausstatt! Wir haben auch! Ja! Wir haben gewonnen! Haha! Nice! GG! GG! Wir haben gewonnen, Bitch! Aber Loyla wollte das Battle anscheinend! Ja! Wollt er auch! Boah ey! Dass wir das gewonnen haben! Okay! Mit unterlegenem Schiff gewonnen! Oh mein Gott! Ich glaub die roten gewinnen echt immer! Die haben mehr Schaden kassiert als ihr! Muss ich sagen! Die Jungen haben sie gefressen! Sie haben den Damage gefressen! Oh man! Ja! Ja! Der Schiff ist zerlegt! Aber die haben sich die ganze Zeit oben aufgehalten! Deshalb sind sie halt nicht so krass draufgegangen! Also er wird bestimmt auf meinem Kanal dann ein Video vorfinden! Wo ich am besten dann noch sogar die Musik rausnehme! Und wenn ich Live-Kommentary hört und ich meine Maus spamme! Oh nein! Also Kill Aura! Ja! Mit Giant Mod! Ja! Ja! Da oben ein paar schöne Kids gemacht! Auch wenn sie abgeschraubt waren! Ja! Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen für diesen Fight! Den nächsten Fight gibt's dann wahrscheinlich morgen oder so! Und ja! Schaltet euch auch wieder ein! Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!